Also da unten kommt ein Handy gefällt. Also ich fühl so, dass sie genau hierher kommen. Aber man mag ihn nicht. Ich weiß das echt nicht. Also man muss dann den Niederschlagungs- und Ist-Zubstand immer so beschäftigen. Und dann erklärt er für mich auch, wie die Hunde besitzt und wie die Hubschrauber, der stundenländischen Verbrecher, die ich ja nicht bin, der dann da ist, wo ich bin. So, dann braucht man auch nicht nur so stehen bleiben. Und dann wird alles, Gott bleibt, reinzwerden. Ich weiß nicht, weil ich ja kein Kind hier habe. Und naja, dann kommt eben der Hubschrauber oder der Hund kommt dann ja nicht. Ich gucke noch mal in die Tunkflas und so. Ja, das ist eben die gleiche Kultur. Ja. 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 Die Videos sind hier drunter. Schnupfen des Meises. Auch was man nicht einfält. Wenn ich mich jetzt bewege, dann mach mal gucken. Weil, man kann wieder kleine Kinder ein. Ja, kommt schon ein Jahr. Ja, ja. Bis alles zu mir ist. Ich wollte jetzt Rachen, Kung Fu, Partner. Weiß ich nicht mehr, hab ich jetzt vergessen. Da muss man sich innerlich läutern. Und das dann beschäftigen. Ja, dann hat man die Dreck. Und kommen sie zurück. Das ist doch eine. Das ist doch eine. Ich hab einen Daumen. Ich hab einen Daumen. Irgendwas wurde ich noch mit Partner gewonnen. Ich hab einen Daumen. Ich hab einen Daumen. Ich hab einen Daumen. Ich hab einen Daumen. Und dann basteln. Das bleibt dann untunbar. Und dann besitzt. Das hab ich auch erklärt. Wann die Figur betont wird. Und dann nicht. Auch auf Einzelnen. Aber ich hab jetzt die zusammen passenden Nebenbemerkungen. 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 Ich hab einen Daumen. So. Und jetzt. Durch die. Auf den Film der vorgezeigten Übungen. Die Dressenform. Nicht nur so. Hier. 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 Und das ist ja vor der Kippslauf hier im Klassen richtig durchzuschreit. Und hier kann man die Bahn zu legen, so drückt Abwehr und so drückt Vorderhof. Und so den Arm abwehr. Das ergibt genau diesen. Also genau andersrum als sie immer hinermachen. Ich nehme deine Hand und verknicke sie zu dir hin, damit du mir nichts tust. Und auch genau andersrum als Arm verdrehen. Und eben so. Hier jetzt. Und so geht das dann. Dann geht das hier hinzu. Hier und jetzt. So. Dann erklärt er, wie er kaputt geht und heil geht. Und dann erklärt er, wie er kaputt geht und heil geht. Und dann erklärt er, wie er durch die Sachen geht. Das ist dann eben. Da sagen sie, da kriegt er sich ja wieder. Da kriegt er sich wieder. Da kriegt er sich wieder. Und da kriegt er sich nicht wieder. Und Ching ist er dran. Bei der Zangekommenheit. Das habe ich auch erklärt. Alles mit dem heil, au und gu. Das ist dann zu. Ist nicht zu. Kommt zu. T. Und dann TI. In Lungen. Hier wieder. TI. Und jetzt geht er rum und links. Und nicht von hinten. So. Das wollte ich mit diesen. Filmen davor die Partnerübungen vermitteln. So. Ganz normale Drachen. In China machen sie Drachenklaue anders. So. Das ist bei uns. Die Rückklaue vom Drachen. Dann wird das weg. Und die Kurklaue vom Drachen. Jagt die Perle. Wenn ich jetzt hier die Perle schon hab. Dann hab ich hier so beschäftigt. Nämlich so. Weil jetzt ist die Perle vor der Hand. Folgt immer der Jagenden Hand. Vorwett. Daran merkt man eben den. Atheismus im Drachenziel. Der erste Mal. Bin ich hier. Von Tänke Gau studiert. Für angewandte Weltanschau. In Drachenstier. Vielen Dank.